Hallo, mein Name ist Wachtmeister Schweinchen und dies ist der offizielle Polizeibericht eines Vorfalls, der sich einst in Großmutters Haus ereignete. Ich hörte das laute Pfeifen von Rotkäppchens Flöte und fuhr zum Tatort. Bei meiner Ankunft entdeckte ich einen Wolf, verkleidet als Rotkäppchens Großmutter. Sie schien im Schrank eingesperrt worden zu sein und der Wolf drohte, er würde Rotkäppchen fressen. Er wirkte sehr furchteinflößend, so wie es Wölfe aus meiner Erfahrung oft tun. Der Verdächtige war etwa zwei Meter groß und hatte auffallend große Augen, Ohren und Zähne. Es schien als gelanges Rotkäppchen vorübergehend, seinen Angriff hinaus zu zögern. Überall lagen Blumen und Eicheln am Tatort verteilt. Diese Gegenstände wurden als Beweismittel gesichert. Sofort verhaftete ich den Verdächtigen und brachte ihn vom Tatort weg. Er verzichtete auf sein Recht zu schweigen und bezeichnete mich auf eine aggressive Art und Weise als dummer Affe. Der Wolf gestand zum Teil seine Tat, da er auf frischer Tat ertappt wurde. Ich schaffte den Täter auf die Rückbank meines Polizeiwagens und fuhr ihn raus aus dem Wald zum Revier. Ende des Polizeiberichts.